Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SPC, die es zu lösen gilt. Und in diesem Video machen wir noch die UEFA-Topspiele. Die bin ich euch ja quasi noch schuldig, beziehungsweise aber auch irgendwie nicht. Viele haben in den Kommentaren gefragt, wann kommen die UEFA-Topspiele. Jetzt kommen sie tatsächlich. Drei Tage haben wir noch verbleibend. Das ist noch genügend Zeit. Wenn ihr sie am Anfang gemacht habt, ja da habt ihr wahrscheinlich viele, viele Coins bezahlt. Jetzt hat sich der Markt reguliert. Die UCL-Karten sind im Spiel und auch nicht mehr extinct. Also wir können sie jetzt gut bekommen und müssen nicht den Max-Preis bezahlen, beziehungsweise ist es auch total schwierig dann auch die Teams zu basteln. Deswegen verweise ich da gerne an den Kollegen Karbo. Der macht das recht zeitnah. Er hat sich da auch noch glaube ich ein oder zwei Tage Zeit gelassen, die dann online zu stellen. Deswegen schaut da gerne vorbei, falls ihr sie direkt oder relativ zeitnah machen wollt. Wir machen sie mal ein bisschen später. Das heißt, wir sparen uns sehr, sehr wichtige Coins. Die Spiele sind auch schon gelaufen. Ich glaube, ja, gehen wir mal rein direkt. Die Spiele sind gelaufen. Ajax hat verloren gegen Liverpool 1 zu 0, also beziehungsweise 0 zu 1. Paris hat auch verloren zu Hause gegen Manchester United mit 1 zu 2. Und es gibt sahnige Packs abzustauben. Also hier beim ersten Pack haben wir ein Prime-gemischtes Spieler-Set. Da sind zwölf Items enthalten. Vier Gold, vier Silber, vier Bronze. Davon sechs Rares. Er hat jetzt keinen nennbaren Wert, aber da sind wir natürlich mit. Denn diese Packs hier haben es tatsächlich in sich. Hier haben wir ein seltenes Gold-Pack. Es sind zwölf Spieler, sind zwölf Gold, ja, und alle Rare. Das ist gut. Es hat einen Wert von 25.000 und als Belohnung gibt es noch ein seltenes Elektrom-Spieler-Pack. Das hat auch einen Wert von 30.000 Coins. Hier sind es zwölf Items, sechs Gold, sechs Silber. Davon zwölf Rares. Also, das sieht und davon sind auch alle Spieler, ja. Also hier haben wir ein reines Spieler-Pack. Hier haben wir auch nochmal ein reines Spieler-Pack und das seltene Gold-Pack. Da sind natürlich auch die Consumables dabei, aber eine in die Lösung. Und, ja, wir machen die Packs hier in diesem Video nicht auf. Und jetzt wird es auch total verwirrend im Zeitstrahl. Die Packs haben wir schon geöffnet. Wie geht das? Ja, das Video ist schon online. Könnt ihr euch oben rechts, blende ich es kurz ein, könnt ihr euch direkt schon anschauen. Das hat den einfachen Sinn, ich mache ein zusätzliches Video, wo ich meine Elite 1 Squad-Battle-Rewards öffne und die zusätzlichen Weekend-League-Rewards. Ich wollte bewusst warten für die Rule Breakers, denn das gibt es zum Beispiel einen Kayn noch zusätzlich. Der hat einen Wert von 1,5 Millionen gerade oder, ja, noch super andere spannende Karten. Und ich wollte auf jeden Fall noch, ja, Special-Karten mit dabei haben, wenn ich die ganzen Packs öffne. Also es wird interessant. Schaut da gerne auch mal rein. Und ansonsten geht es jetzt hier direkt in die Lösung. Gut, wir haben hier folgende Bedingungen. Wir brauchen einen Ajax-Amsterdam-Spieler oder Liverpool. Ich weiß gar nicht. Ich habe hier zwei Liverpool-Spieler. ins Team integriert. Ich habe das so in Blockweise mal gemacht. Hier, drei Spieler von dem Verein, drei Spieler, zwei Spieler von Liverpool. Red Bull Salzburg, drei Spieler, eine Kette. Und dann hier haben wir eine kleine Kette mit Red Bull. Warum sage ich denn Red Bull? Mache ich hier noch Werbung. RB natürlich. Hier, Rasenball-Sportverein. Leipzig. Genau. Jetzt hat es mich ein bisschen rausgebracht. Vereine Max 5. Deswegen haben wir diese Konstellation gewählt. Spieler aus derselben Liga, Max 3. Ja, deswegen auch diese Konstellation. UEFA Champions League. Da brauchen wir zwei Karten. Hier haben wir den Orban gewählt. Und den Henrichs. Genau. Ihr könnt aber auch, falls ihr findet, den Origi und den Milner nehmen. Oder aber auch den Kodashi. Ihr braucht halt zwei Shepetsi-Karten. Das spielt keine Rolle. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es von den guten Jungs hier Shepetsi-Karten gibt. Und es gibt, ich glaube nicht. Und ja, wie es von mir gewohnt seid, gehen wir hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst neipen. Ihr benötigt hier für keine Extra-Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Ihr könnt dieses Team also 1 zu 1 komplett ohne Kopfschmerzen nachkaufen. Und dann schauen wir uns jetzt erstmal die Spieler an. Das waren auch schon die teuersten Spieler. Und der kostet auch so 700 Coins. Also ist nicht teuer. Und damit hätten wir diese SPC gelöst. Ja, ist auf jeden Fall einiges zusammengekommen. Der Preis macht sich eigentlich nur aus diesen drei Spielern hier bemerkbar. Aus den Shepetsi-Karten. Und wir brauchen ihn einfach, damit wir diesen Green Link hier haben und das Team so zusammenstellen können. Und bezahlt habe ich dafür, vielleicht habt ihr gerade nachgerechnet, in etwa 16.500 Coins. Das ist auch das teuerste SPC-Pack hier. Äh, die SPC, die wir hier machen. Und dann gehen wir das Ganze ab. Und nehmen uns das Pack mit. Ja. Das ist in Ordnung. Und die Belohnung erhalten wir. Wir wollen nicht in den Katalog, wie ihr sehen könnt, haben wir hier richtig viele Packs, die wir öffnen werden. Aber wir kümmern uns jetzt natürlich um Manchester, das zweite UEFA-Topspiel, was schon gelaufen ist. Und auch hier kurz nochmal einmal die Bedingung PSG oder Manchester United. Da brauchen wir mindestens zwei Spieler. Wir brauchen Ligen, ja, mindestens drei Spieler aus derselben Liga. Mindestens fünf UEFA-Champions-League-Karten. Und eine, ja, ihr könnt auch, falls hier jemand den Mark Rocker findet, wie auch immer er ausgesprochen wird, könnt ihr natürlich auch diese Karte nehmen. Oder hier den Manchester United Spieler Williams. Hier habe ich ein kleines mit Greenwood. Das sind die Manchester United Spieler, die wir benötigen. Wir brauchen eine Team-Gesamtbewertung von 77 und eine Team-Chemie von 80. Das macht es natürlich knackig, aber das haben wir hinbekommen mit diesem Team. Wie ihr seht, ich habe hier 80 Chemie. Und legen wir los. Let's go. Und damit hätten wir diese SPC gelöst. Und erhalten das seltene Gold-Pack. Und auch hier, mit diesem Spieler habe ich mal gespielt tatsächlich. Packt immer am besten eure Erstbesitzer-Karten mit rein, um halt wichtige Coins zu sparen. Und, ja, auch das werden wir natürlich mitnehmen. Ich weiß gar nicht, warum er mich jetzt hier immer in den Shop weiterleitet. Und wir erhalten natürlich noch als Belohnung das seltene Elektrom-Spieler-Pack dafür, dass wir beide SPCs abgeschlossen haben. Und, ja, ich hoffe, es hat sich gelohnt. Und ich könnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wie gesagt, wenn ihr das Pack-Opening sehen wollt, aus den Packs hier auch zusätzlich noch, dann schaut gerne jetzt gleich in dem Video noch vorbei und guckt euch an, was ich vielleicht aus den Packs hier herausgezogen habe. Ich glaube, ich kann es momentan noch inzwischen, ich glaube, das ist ein kleiner Bug. Also, man kommt rein. Ich habe nämlich meine Weekend-League-Spieler, die Auswahlspieler, die habe ich eigentlich, also ich könnte jetzt, glaube ich, die öffnen. Aber, das würde ich mir aufheben für das eine Video. Und, ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und, falls ihr es auch noch nicht getan habt, dann abonniert mich doch gerne kostenfrei. Freue ich mich sehr. Das motiviert mich über jeden Kommentar, über jeden neuen Abo, über jedes Like. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist echt insane, was in letzter Zeit abgeht. Ja, danke dafür. Okay, in diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.